Der hat doch Soundtap, wie ich wollte schon sagen. Ich müsste allerdings... Und ich hier ein Skelett. Und eine Spinne und ein Zombie. Das wird spaßig werden. Und dann... Bist du noch in dem Tannenbaumwald? Ne, bin schon gar geholfen. Könntest du mir mal bitte... Ach ne, ich habe Holz dabei. Ich schneide mal eine Werkbank hier unten hinsetzen. So links und rechts kommt Minecraft hoch runter und in der Mitte kann man laufen. Jetzt schon ein Schiedensystem? Ne, ich plane das nur gerade so. Ein Klang so, hier setze ich jetzt das hin, hier jetzt die. Ich mache jetzt gerade Stufen hier noch. Aber da weiß ich, dass links und rechts das Minecraft kommt zum hoch und runter fahren. Und wenn das nicht passt, dann müssen wir es halt nochmal verbreitern. Ich hoffe mal, Höhlen leuchte ich einfach aus. Ja, wir werden dann hier definitiv Closetone nehmen, denke ich mal. Weil das doch schöner aussieht. Ja, für eine Handlung aber nicht. Ja, okay, ich bräuchte nicht ausleuchten. Mache ich eigentlich schon gar nicht? Ich halte meine Fackel in der Hand, oh Gott. Oh je, 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 oh je. Böse Viecher. Aus. 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 Aus, hab ich gesagt. Euer. Du weißt, dass die dich nicht verstehen. Die reden sie doch auch. Das ist was anderes. Außer Spinnen, die reden nicht. Aber ich glaube die Schafe machen irgendein dämliches Geräusch, wenn ich die Schere. Scher Irgendwie ist es langweilig, sich hier jetzt mal hoch und runter zu graben Bau dir doch eine Diopicke Hab ich schon Aber trotzdem Es wird immer langweilig bleiben Kann doch nicht sein, es ist vielleicht schon wieder nach Alexa, erzähl mir einen Witz Was ist ein Trabi auf einem Berg? Ein Wunder Was? Ich hab auch kein Wort verstanden Alexa, leiser Nochmal, Alexa, erzähl mir einen Witz Hab ich gesagt Warum hat das Kangaroo mit seiner Freundin Schluss gemacht? Sie war ihm einfach zu schwunghaft Wow Ich frag gar nicht erst, wieso sie überhaupt sind Was fragst Damit ein bisschen Abwechslung in die Folge kommt Ich frag gar nicht erst, wieso sie überhaupt sind Alexa, wie macht der Wal? Wenn sie jetzt oin oin sagt, lach ich sie auf Oin? Hast du das gehört? Kommt sogar hin Alexa, wie macht der Fuchs? Lecker Lecker Pass auf Alexa Wie macht der Fuchs? Party, hatte, hatte, hatte Party, hatte, hatte Kennst du einen Menschen, der weiß, was für Geräusche ein Fuchs macht? Ja Persönlich nicht nur Ich kenn auch keinen Und ich weiß auch nicht, was er für Geräusche macht Ja, aber Dann Warum spielt Alexa nicht so einen Sound ab? Und stelle ihn so menschlich vorzulabern Diese... Ne Weil eben keiner weiß, was ein Fuchs für Geräusche von sich gibt Das hat anscheinend noch nie einer gehört, sonst wüsste es Alexa ja Äh... Was machst denn du da? Ich will mich nicht Boing 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 Boah Darum mach ich das Äh... Ich hab selbst gedacht, was da So Und ich brauch Steine Dann noch das. Pass auf, da unten ist ein Skelett, weil ich nicht ausgeleuchtet habe. Also ich kann hier runter rennen, ich frag mich was du hast. Ja, aber wir wollen ja die Treppe nutzen. Jaaa. Oh Gott. Oh. Höhle. Gold. Noch mehr Gold. Enderman. Nein, du Arschloch. Explodiert der ohne was zu sagen. Ui. Ist doch immer so. Das liegt am anderen Ende des Raumes wie kass. Ich bin Vater, ich habe saugute Ohren. Und auch wenn ich gerade eben nur ein Kopfhörer auf dem Ohr habe und das andere wegen Alexa mal frei ist. Bei deinem Kreisch gehören müsstest du taub sein. Ach, ich doch nicht. Außer du bist so laut sind die gar nicht. Das ist alles nur eine Illusion. Sag das mal die Betreuer. Die können sich nicht beschweren. Die haben die liebsten Kinder komischerweise. Ja, wenn man sagt man hat drei Kinder. Die Kinder sind zu Hause ganz anders wie sie in der Schule oder am Hort sind. Und bei dem... Leck mich am Hinterteil. Ich muss dann noch eine Folge aufnehmen. Daku. Jasmin Schacht. Ich bin so nebenbei. Du überspringst gefühlt schon deine Eisennutzung. Ich habe das Eis schon im Gepäck. Aber... Ich baue mich hier lang. Komm in die Höhle rein. Und hier ist erstmal eine fette... Dings hier, ne? Wie war das... Wie war das mit... No, hier. Mit den Rails. Da können wir uns da easy ein Dings machen. Ja, schon den... Warte mal ganz kurz. Musik. Mops. Hallo. Das sind die laut. Oma. 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 Oma Er hat auf jeden Fall Spinnweben. Das heißt, hier kann es mal der erste Spawner sein. Arschloch! Was? Arschloch! In der Lederrüstung? Gräber! Schreib mir das mal in Chat, ich verstehe dich durch die Mob... Warte, ich nehme das Soundpack wieder raus. Machst du einfach leiser? Ich habe jetzt schon alles hier leiser gemacht. Lecker! Hallo! Okay, ne, hast du nicht. So, jetzt. Oder drehe mich doch einfach lauter. Jetzt! Ne, ich kann jetzt nicht rauszuhaben, da habe ich Standbild. Jetzt höre ich auf jeden Fall wieder was. So, selbe Frage. Dann frag. Kannst du pennen gehen? Ne, ich bin immer noch hier unten gerade. Irgendwas mit Gräbern. Achso, ja, haben wir eine Grabma drauf. Nein. Ich muss gucken, ob ich Dev Chests finde. Auch für die N16. Nein, 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 nein. Ne, okay, dann nicht. Weil das Plug-in gibt es. Oh! Ah! 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 Anderthalbherzen nur noch. Was? Zwei Skelette. Ja, das weiß ich wieder. Ja, das weiß ich wieder. Ähm. Hast du aber geklappt? Nein, ich habe mich gerade eingebaut. 8, 16, 24. Ich mache mir jetzt so aus den 20 Eisen, die ich habe mal ganz kurz so eine Rüstung. Boah, hier kann die Scheiße noch zu Ende gehen. Ich habe noch etwas besseres zu tun. wie viel brauche ich für eine komplette eisenrüstung 5 Helm, 9 mit Schuhe, 16 mit Hose und 8 sind 24 hab ich, die hab ich hab grad noch schnell gefarmt ab, hilf euch, Zombies See you later, Abigera Tschüss Wenn wir wiedersehen 6 bis 11 Minuten noch, dann ist die Folge zu Ende Das ist jetzt sowieso gleich noch schwerer und wenn ein Tag ist, waren dort noch mehr Wopps Na, ich will es Los, ich muss mich erstmal wieder voll racken 2, 4, 5,5 Herzen Also Ja Hat keiner noch nicht mit der Herr Nein Hast du denn Essen nicht willst? Ich hab Kälb dabei, gebranntes Kälb Warum kann ich gutes eides Fleisch? Weil mein Rinderfleisch schon alle war und das andere hab ich noch nicht gebrannt Aber ich komm dann gleich hoch, das können wir ja dann Ja Jetzt ist wie gesagt Nein Auch allgemein beim nächsten Mal hier machen Ich glaub nicht, dass ich äh Ne Da treu ich mich nicht an Was? Eine Minenschacht? Ne An den Enderman Äh Kannst du dich dran trauen? Stell dich unter den Baum? Genau Wo der dritte Block lief es Da kommt er nicht ran Stimmt Stimmt, der hat ja recht Doch, hat er ja recht Bloos noch die Brustplatte Dann bin ich ausgeröstet Noch zwei Geil Und sogenannte Ender Perle Ich muss sowieso mal in dem Silky Spawner Plug nachlesen Wie das ist Wie wir die Spawneier kriegen Spawneier? Von Tieren? Ja Von Mobs, von Tieren Also Tiere brauchen wir ja nicht Aber Mobs dann zum Beispiel Warum brauchen wir die Spawn-Eier? Damit wir die da reinsetzen können in den Spawner Ne Hä Ich hab das Plugin so verstanden, dass du dort einfach nur die Spawner abbauen kannst mit Silky Dutch Ja, aber mir wird auch irgendwas angezeigt wegen Spawn-Eiern Es kann ja sein, dass das so ist, dass du das ähm Sag schon Abbaust und dann hast du so ein Standard Spawner Das ist dann einfach nur ein Schweine Spawner Und da musst du dann das Spawn-Eier noch dazu machen Weil es wurde mir auf einem Bild gezeigt, dass da wohl ein Ei benötigt wird Also kurz gesagt bringt uns das gar nichts, weil wir keine Eier haben Äh ne eins hab ich Warum machst du ne eins? Weil ich das irgendwie eingesammelt hab Das lag draußen rum Das lag draußen rum Äh ne Spawn-Eier Achso, ja, äh ne hab ich keins Ich lese mich nochmal in das Plugin rein Ich komm jetzt das erste mal hoch Ähm, mach das Nö, hier gibt's auch nichts mehr Ooooooh Ja jetzt, ich hab ne Eisenrüstung Was ist jetzt, du Arschloch Was hast du jetzt davon? Ja, okay Okay, diese Leafs schnell abbauen Plugin ist ein bisschen verpackt Wieso? Weil manchmal ähm Von Minecraft nicht hinterher Und die Alten sind irgendwie noch oben Und fallen die ganze Zeit runter Ja, dann ist das ähm Da wird der Leaf unsichtbar angezeigt Das ist wie wenn du übelst schnell abbaust Ja Ähm, wo hab ich mich dann? Hier hab ich mich hoch gebaut Oh, leck mich am Arsch, du scheiß Skelett Ey, jetzt war da unten so ein Kribel auf mich Kribel alleine Kribel Du Kribal Oh shit Oh shit Ohhhh Ohhhh Ein Herz Hmmmm Fuck, was war das denn? Ich hab ne Eisenrüstung und bin trotzdem fast down Ja Willkommen in meiner Welt Ja Oder was hast du denn gemacht? Äh, ich bin abgeschossen worden Und dann war da auf einmal Creeper Hinter mir Ja Mach mit Eisenrüstung machen Allein jeder Bogenschuss mal ein und eineinhalb Herzen Schaden Hm, ich krieg's mit Ich bin Greider, ich baue mich schnell seitlich in unseren Gang rein Ich bin eigentlich erstaunt wie du es schaffst, mal mit einem Herz miteinander zu überleben Ich bin Dike Ich bin Dike Jetzt kommt das Fioner hinterher Ich dachte du wolltest das hier ein Stück höher abbauen, hast du irgendwann aufgehört Jetzt ist da oben ein Creeper im Gang ernsthaft? Ähm, ja, weil du nicht ausleuchtest Geh weiter raus, geh weiter raus, ne weil du in der Nähe bist Geh weiter raus Scheiß drauf Ich bin niemand überlaut Uuuuuuuuuuuuuuuu Eike Ja, ich hab's gehört Ich bewundere gerade deine Bilderraben Na klar, dass sowieso hier kommt Aber ich habe Melon und Kürbisthiez Achso, aus den Truhen Ich könnte ganz sagen, du hast einen Jungle Eins, zwei, drei. Meine Hoe habe ich irgendwo in der Kiste. Ganz kurz dort sind die Erde noch. Besamen. Wenn ich das hier ausmachen. Gerade jetzt, wo man so braucht, kriegt man keine Seeds. Ernsthaft, leg mich doch allen an. Dann, einer. Ach, da. So, jetzt kommen noch schnell die Wirbisse. So, da ist was explodiert. Da ist noch mehr explodiert. Ich explodiere. Da musst du weniger Pupen. Da fällt mir kein Gegenspruch vor allem. Haha. Das, 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 das. Das und das dort hin. Das und das da hin. Super, Ike. Echt toll gemacht. So. Da kann ich die Kiste mit den Dingern und den Dingern ja am Häuschen, ach, am Eingang lassen. Wir haben die Höhlen-Dimension echt erweitert. Ei, du willst doch. Müsst du mal sehen. So, und nochmal da runter. Ich brauche noch ein Thumbnail. Ich hab für Just-Rin auf jeden Fall genug Eis. Hätte ich auch, wenn dieses Gräte mich nicht abgeschossen hätte. Wieso? Du bist doch nicht gestorben. Ja, aber die, ich wäre fast gestorben durch das Viehzeug. Das ist nicht mein Viehzeug. Ich hab nicht gehört. Wieso? Guck mal du runtergefallen bist. Ne, ich mein nicht dich. Klingt aber so, als würdest du es nicht meinen. Ich mein dieses hässliche Etwas von Mob. So, Thumbnail gemacht. Äh, ach ne hab ich eingesammelt, ok. Und jetzt ganz schnell noch mal raus aus der Höhle, ja. Entschuldige, ist schon fast die Nacht. Ja, ich komm jetzt auch wieder hoch und dann beende ich aber auch die Folge. Irgendwas müssen die echt geändert haben. Denn so viel Eisen kann man nicht kriegen. Ne, doch. Vorher gab es immer so ein Vorkommen von vier Stück. Und mittlerweile ist es halt so, die haben das abgehoben, dass die Vorkommen halt natureller sind. Und du fünf bis acht Stück auf dem Vorkommen hast. Was hast du denn da an? Kelt. Ach, Kelt. Ich dachte nicht gerade, was ich weiß. Ja, aber ich hab zwei... Ich krieg's Eis in der Herzen, jetzt einfach mal so. No, don. Schade dich zu deinem Häuschen. Yeah, Stein gebrannt. Allein die Hühnchen und die Blümchen. Die deutschen Titel sind so geil eigentlich. Was? Die Erfahrung für Tiere vermehren heißt die Hühnchen und die Blümchen. Ach, hast du dir zu pimpeln lassen? Naja. Kannst du eins wieder mit der Axt strachten. Nö, ich lass die jetzt erst mal. Ich würde dort aber noch ganz schnell einen Zaun drum bauen, damit nicht wieder ein Kripper rein plumpst. Oh, wieder. Da war einer drin, wo ich auf den Server gekommen bin. Klingt geil. Ich hab das irgendwann von dem Lied. Ja, okay. So oft wie ich sogar schon Star Wars Melodie gesummt hab. Aber wenn sie nur ein Ton in einem Spiel vorkommt gleich. Ja, wenn das so die Originalmusik jetzt zum Beispiel ist oder du im Hintergrund zum Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt das Vibert Gedöns hinter mir eine Melodie abspielt, dann kann das entmonetarisiert werden. Aber wenn du das sumpst, passiert gar nichts. Okay. Achso, ich brauch dich ja dann nochmal. Für? Das Thumbnail. Das zweite. Ich komm zu dir gepimmelt. Und bitte mich. Dann hau ich dir aufs Maul. Wer hat dir das erlaubt? Ich nicht. So. Da go. Das ist Erdblock. Erdblock wird wie ein Mensch behandelt. Erdblock wohnt jetzt hier. Erdblock macht jetzt einen Bungee Sprung. Und ich glaub, ich hab sogar das Thumbnail richtig gut getroffen, wie man sieht, wie du Erde auskommst. Guck mal. Erde schwimmt. Erde ist wie ein Mensch. Oh. Äh. Hallo Creeper. Oh. Ich wusste es. Zum Glück hab ich einen Zaun gebaut. Da lungert auch schon wieder so ein Creeper rum. Wo hast du denn da einen Zaun? Bei meinen... Bei den Tieren. Let's go. Oh man. Ich bin doch da nicht. Ich bin doch da nicht. Das ist so.